Für die FDP-Fraktion erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Bernd Buchholz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns eint hier alle der große Dank an die vielen Hundert, an die Tausend Freiwilligen im Lande, die Feuerwehrarbeit machen. Und ich glaube, das können wir mal einmal in Richtung Landesfeuerwehrverband auch machen. Ein herzliches Dankeschön an all die, die sich da einsetzen, in der Regel ehrenamtlich, mit großem Einsatz, große Leistung. Und in der Tat, die Kollegin Zweig hat ja gerade eben ausgeführt, wie wichtig die Feuerwehrarbeit ist. Ich mache es hier kurz, aber dann hätten Sie in der Tat auch bei den gerade stattgefundenen Planungen zur Kürzung vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Rotstift gerade nicht angesetzt. Die 1,5 Millionen, die da für die Feuerwehrgerätehäuser herausgestrichen werden, das ist in der Tat, Kollegin Raudes hat es gesagt, ein domes Signal an all diejenigen, die da was machen wollen. In diesem Gesetzentwurf, der heute vorliegt, gibt es keinen Streit. Die Arbeit des Landesfeuerwehrverbandes für die Ausbildung der Jugendlichen, die findet schon seit Jahren statt. Das Jugendfeuerwehrzentrum in Rendsburg ist da super davor. Und insoweit ist es nur folgerichtig, dass der Landesfeuerwehrverband da auch jetzt eingesetzt wird, als einer der Träger dafür und damit auch andere finanzielle Quellen hat. Ich sage mal, auch für die Arbeit in der Vergangenheit, bei der das ja im Wesentlichen mehr oder weniger auf spendenbares oder ehrenamtlich stattgefunden hat. Ein riesengroßes Dankeschön. Es ist richtig, dass wir das heute ändern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.